Ich bin Berenike von Bödecker. Ich bin hübsch, ich bin reich und ich bin das beliebteste Mädchen der ganzen Schule. Ich bin Emma, ich bin Hanna und ich bin Liv Grete und zusammen sind wir die Glamour Girls. Immer glam, immer schön und immer style und niemals 0815. Ist das ein Knutschleck? Nein, sieht aus wie ein durchgekarrter Hundeknochen.